Das ist schon lange her, es war letztes Jahr im Winter. Ja, dieses Jahr. Und jetzt haben wir es erst mal besucht. Oh wow, okay. Das ist auch wegen dem Schild. Ja, wegen dem Schild. Das hier. Was? Der macht doch Apfelschein mit dem Schild. Ja, das ist egal. Nee, 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 ich meine, es ist witzig auch für mich. Ja, das bin ich auch. Egal. Und dann, jetzt denken wir auch, dass wir jetzt wieder gesagt haben. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.